Ich begrüße dich hier ganz herzlich. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut. Und heute in diesem Video werden wir jetzt noch auf kein Thema eingehen, sondern das ist ein kleines Ankündigungsvideo. Nämlich, ich bekomme immer wieder Fragen gestellt. Das heißt, ich kriege Nachrichten bei Instagram oder E-Mails, wo Leute Beziehungsfragen haben. Sagen, hey Emanuel, kannst du dazu mal was sagen? Kannst du dazu mal was sagen? Nehme mir das nicht übel. Wenn ich all diese Nachrichten oder Kommentare jeden Tag beantworten würde, dann hätte ich sonst für nichts anderes mehr Zeit. Und normalerweise ist halt mal Zeit für meine Klienten da in erster Linie. Dennoch ist es mir wichtig, diese Fragen zu beantworten. Und deswegen hatten wir eine Idee, dass wir einen kostenlosen Coaching-Abend anbieten. Wir werden das jetzt mal testweise machen. Der nächste wird bereits übermorgen sein. Für den du dich kostenlos eben anmelden kannst, wo du eben die Möglichkeit hast, mir deine Beziehungsfrage zu stellen oder vielleicht sogar von mir gecoacht und begleitet zu werden. Gleichzeitig dient dieser Coaching-Abend dazu, dass du überhaupt mal meine Arbeit kennenlernst. Also wie funktioniert eigentlich so ein Beziehungscoaching? Wie arbeiten wir da genau? Weil das ist natürlich für viele etwas erstmal Abstraktes. Und so hast du einfach die Möglichkeit, damit mal mehr in Resonanz zu gehen. Und der Vorteil ist, dass deine Frage jetzt nicht nur für eine Person beantwortet wird, sondern wirklich für mehrere, die davon auch was haben. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, dass du sagst, okay, so eine spezielle Frage habe ich nicht. Dann lade ich dich trotzdem ein zum Coaching-Abend, weil du dort sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Auch durch die Fragen, die die anderen stellen. Auch durch die Prozesse, die du bei den anderen siehst. Weil du dann auf einmal merkst, so, okay, selber bin ich da gar nicht drauf gekommen, aber irgendwie betrifft mich das auch. Also sei gerne kostenlos dabei. Alle Infos findest du hier unter diesem Video. Oder wenn du das als Podcast hörst in der Podcast-Beschreibung, trag dich da gerne ein. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns live sehen. Und falls du bei dem Termin nicht live dabei sein kannst, sobald du eingetragen bist, kriegst du natürlich auch im Anschluss immer die Aufzeichnung zugesandt von dem Abend. Und falls wir nochmal irgendwann einen zweiten Abend machen sollten, dann würdest du auch automatisch informiert werden. Also, ich freue mich auf dich, trag dich gerne ein und dann vielleicht bis übermorgen.